Schönen Jutentag, liebe Fußballfreunde und willkommen zurück zu The Journey Hunter Returns. Wir müssen im Pokal gegen die Seattle Saunders ran. Und der Chef hat was zu sagen. Gebt eure Herzen und Seelen für den Sieg. Dann könnt ihr alles erreichen. Auch das, was euch keiner zutraut. Wie der Mexikaner dem keiner eine WM-Teilnahme zutraut. Sie se puede. Sie se puede, ja. So, der Pokal ruft. Und wir erhören natürlich seinen Ruf. So, dann machen wir mal alle noch schnell weg. Und los geht's. Gegen die Seattle Saunders. So, den ganzen Quatsch-Quatsch überspringen wir mal wieder. Uah, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Normalerweise spielt er den immer auf den direkt daneben. Boah, Leute. Was macht ihr denn da? Ah! Erste richtig gute Torchance. Schön bedrängt. Wir bleiben im Ballbesitz. Ah, schade. Versuch was wert. Über 3 ist hier schlechter Versuch. Ach, Mist. Hätte ich ihm den jetzt... Richtig abnehmen können. Mist. Ach, ich wusste jetzt nicht so recht, wie ich hätte ihn vielleicht nochmal ablegen können. Aber ist egal, ist egal. Wir sind noch im Rennen. Links raus. Genau. Boah. Da versucht er den schwereren Pass zu spielen, anstatt nochmal links rauszulegen. Auf den Mann, der frei steht, ey. Ach. Ja, du bist durch. Boah, das gibt's nicht. Ey. Oh Mann. Man hat ja euch echt den Eindruck, FIFA will, dass man verliert. Also den kann man nicht daneben legen. Und wenn du so ein Ding daneben legst... Ey. Warum lichtet ihr den nicht auf mich ab? Ah, Mist. Warum schlechter Kopfball ist doch nochmal eine Ecke draus geworden. Ah, Mist. Ah, Mist. Ich bin grad voll konzentriert, Freunde. Und deswegen rede ich jetzt gerade ein bisschen wenig. Das dauert. Oh nein, Mann. Mist. Ah, Mist. Und jetzt mach ihn, mach ihn Oh, alter, Leute, ey, sag mal Will das Spiel mich gerade verarschen? Hier so eine Dinger zu vergeigen, das kann doch nicht normal sein Boah Ey, wieso vergeigen die plötzlich solche riesen Torchancen? Und was ist das für ein Passspiel? Was sind das für seltsame Pässe? Was denkt ihr euch? Ich hab echt gerade den Eindruck, wenn ich mir diese Aktionen hier so angucke Dass das Spiel hier vorsieht, dass ich das Ding verliere Ich kann mir anders nicht erklären, dass die KI So eine Torchancen vergeigt Sich so eine Scheiße zusammenspielt hier Und hier einfach nichts mehr zusammen geht Da Schon wieder so ein Ding Da fragst du dich doch echt nur, was soll das? Oh, Mann Oh, ich krieg ne Krawatte, wenn hier nix läuft Hol dir zwei Vorlagen Ich bin froh, wenn ich hier Bei dem Scheiß, den die sich hier zusammenspielen Kann ich froh sein, wenn ich ein Tor mache Oder wenn ein Tor fällt Dammit Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh in die Welt Ja, nö, ist klar. Am besten legst du noch einen Solo hin als Torwart. Oh, und wehe, du machst den jetzt nicht. Alter, na, das wäre es ja noch gewesen jetzt. Meine Güte. Ach, Mist. Oh, ja, wartet der auch so lange mit seinem Pass. Oh, da fällt dann noch das zweite. Sehr geil. Boah, jetzt bin ich ein bisschen beruhigter. Mann. Sehr schön. Gleich noch das dritte nachgelegt. Jetzt habe ich es im Sack. Boah. Boah. Ich glaube, ich habe auch gerade einen... Ah, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe auch gerade so einen kleinen Fehler im Spiel gefunden. Boah, Alter. Ah, scheiße, jetzt wollte ich ihn schön lang vorne reinspielen. Ah, da hat er einen Fuß zwischengekriegt, die Drecksau. Oh, und ich mache hier noch eins. Sehr schön. Sehr schön. Na ja, das hat ja dann am Ende dann doch noch geklappt. Aber die erste Halbzeit konnte ich ja sowas von klicken. Und auch den Anfang von der zweiten. Sehr schön. Das Ding ist gelaufen. 4 zu 0. Sah nach der ersten Halbzeit absolut nicht danach aus, als ob das nur was wird. Kriege ich auch den Ball für meine drei Tore. Drei Tore geschossen, eins vorgelegt. So lobe ich mir das. Aber kaum war das erste Tor gefallen, ging es plötzlich im Minutentakt. Alex, Spieler des Tages. Riesenleistung heute von Ihnen. Ihr Kommentar zum Spiel? Naja, ich habe zehn tolle Mitspieler. Da ist der Spieler des Tages nicht wirklich verdient. Ausschlaggebend war also vor allem das Team? Absolut. Egal wie gut man ist. Ein Spieler ist nur so gut wie sein Team. Denn Fußball ist ein Teamsport. Im Ernst. Beim Spieler des Tages geht es um die beste Mannschaft und nicht um einen Spieler. Vielen Dank für das Gespräch, Alex. Klar. Und schon wieder ein bisschen was für ein Phrasenschwein. So. Ich habe immer noch keine neuen Skillpunkte. Also es zieht sich gerade ganz schön hier. So. Wir hätten was Neues. Ich gucke mal eben. Okay. Wir haben jetzt nur noch das Training. Das machen wir jetzt noch schnell. So. Hier darf ich ja jetzt nicht simulieren. Das ist ja jetzt hier das. Das Ziel. Erweiterte Elfmeter und fortgeschrittene Freistöße. Okay. Och du Scheiße. Ach die Scheiße. Los, prezise Pässe. Gut. Ah. Zu flach. Ja. Zu hoch. Also ich habe das mit dem, mit der Dosierung hier noch nicht so ganz raus. Ah, das sieht gut aus. Boah, das gibt es doch nicht. Run da. Run, run. Okay. Nein. Nochmal. Machen wir nochmal einen neuen Versuch. Eins. Oh Mann. Also das mit der Dosierung ist hier echt ein bisschen tricky. Boah, unter die Latte genagelt. Scheißdreck. Ich kriege die Dosierung nicht hin, Alter. Ich kriege die Dosierung einfach nicht wirklich hin. Ich weiß nicht, wofür. Ach, na endlich. Nochmal. Ich meine, die Dinger hier unten sind kein Problem. Okay. Der ist wieder nicht hoch genug. Ja, Treffer. Geschafft. Also das mit der Dosierung ist echt ein bisschen tricky. So, jetzt haben wir erweiterte Freistöße. Oder fortgeschrittene Freistöße. Diesmal ist ein Torwart drin. Ui. Run, 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 run. Scheiße. Ah, das ist ein bisschen... Ah, fuck. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Also das mit dem Freistößen wird hier nichts. Und schon wieder bloß den Pfosten erwischt. Ich hau das Ding immer bloß an den Pfosten. Das gibt's doch nicht. Endlich auch mal ein Tor. Scheiße. Wollte ich jetzt so eigentlich auch nicht. Ja, ja, ja. Ja, zu flach, wa? Nee, doch nicht. Hörter, Mann. Und schon wieder bloß den Pfosten. Ich mach mal nochmal einen neuen Versuch hier. Machen wir heute... Ah! Machen wir heute einfach mal nur eine Trainingsfolge hier vielleicht. Oh, sag mal. Oh. Machen wir heute noch mal. Ich weiß auch nicht, woran ich mich orientieren soll bei den Freistößen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Orientierungspunkt. Ah, scheiße. Na gut, der landet wenigstens beim Torbüter. Mann. Ach, das wird doch hier bei den Freistößen alles nix. Ich kann keine Freistöße schießen. Das geht nicht. Ist nicht so meins. Mann. Naja, ein bisschen was haben wir rausgeholt. Okay, das war's für heute. Dann können wir jetzt auch erstmal hier für heute den Cut machen. Zeit ist eh um. Von daher sei erstmal vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Einen schönen Judenabend und eine Judenacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.